Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Python-Kurs. Das ist jetzt die dritte Folge auf dem Kanal Datenschauer. Das ist Programmieren für alle mit der Hilfe von Python. Und das letzte Mal haben wir uns die ersten Schritte angeschaut hier in der Konsole mit dem Programm iPython. Dort haben wir uns angeschaut, was diese sogenannte REPL sein soll, also dieses Prinzip des Read, Evaluate, Print und Loop. Also lese etwas, nimm etwas entgegen, dann evaluiere das Ganze, sprich führ es aus und dann gib was zurück. Entweder, wenn du keine spezielle Funktion ausführen kannst, dann gib einfach das zurück, was ich dir gegeben habe. Oder führ dir die Funktion aus und gib dann das zurück. Oder wenn ein Fehler auftritt, gib den Fehler zurück. Und dann Loop, also spring wieder zurück an den Anfang und lese wieder etwas ein. Genau, hier sind wir gerade in der REPL eben mit dem Programm iPython. Und das letzte Mal haben wir die mathematischen Operationen kennengelernt. Also wir haben Plus, Minus, geteilt durch und das Sternchen kennengelernt. Diese Operatoren. Wenn ich das jetzt ausführen würde, dann würde es einen Fehler geben. Aber wir haben auch Strings kennengelernt. Das heißt, wenn ich das Ganze hier in Hochkommata setze, entweder in doppelte Hochkommata oder in einfache Hochkommata, dann ist das Ganze ein String, also eine Zeichenkette. Und wenn ich das hier eingib, dann kann das evaluiert werden. Das gibt also diesen String wieder zurück. Und wir haben schon Zahlen kennengelernt. Wir haben die Integer kennengelernt, also ganze Zahlen wie 3 oder minus 57. Und wir haben Floats kennengelernt, also Dezimalzahlen wie 9,99 oder minus 3.14. Und mit diesen Zahlen können wir rechnen. Achtung, es gilt natürlich die Punkt-vor-Strich-Rechnung, wenn ich sowas habe wie 3 plus 2 mal 5. Dann ist es wie in der Mathematik. Es wird eben nicht von links nach rechts diese Operationen ausgeführt. Das heißt also nicht so, dass 3 plus 2 addiert wird. Das wäre 5 und dann mal 5 genommen wird, 25. Das ist natürlich nicht so. Sondern auch hier hält sich Python an die Punkt-vor-Strich-Rechnung. Das heißt, zuerst wird dieses Ergebnis hier ausgeführt. Also 2 mal 5 ist 10, plus 3 ist 13. Genau das kommt auch raus. Aber ich kann natürlich jederzeit auch Klammern setzen, um auch für mich später, wenn ich Programme schreibe, ich werde ja später nicht in dieser Rappel programmieren, die dient mir eher dazu, Dinge auszuprobieren. Sondern ich werde ja in eine Datei einen längeren Code schreiben und den dann ausführen lassen. Und da ist es natürlich immer ganz gut, wenn ich Klarheit schaffe, wenn ich diesen Code nach einiger Zeit wieder lese oder jemand anderen zum Lesen gebe, dann ist es ganz gut, wenn ich, Quatsch, solche Klammern bilde. Also das Äquivalent von oben wäre ja das hier. Und wenn ich eben Python sagen will, nee, nee, führe zuerst die Addition aus und multipliziere das dann mit 5, dann muss ich natürlich die Klammern so setzen. dann würde das ja 5 mal 5 ergeben, also 25. Und so kann ich einfach mehrere Klammern hintereinander ausführen. Und zum Beispiel kann ich auch sowas machen wie 3 plus 2 mal 5. Jetzt habe ich hier die erste Klammer vergessen. Genau, und das, die 25 kann ich jetzt doch mal einen ganz kruden Wert mal teilen. Sagen wir mal 25 durch 3. Das geht ja nicht auf. Mal schauen, was Python hier macht. Das heißt, ich würde jetzt hier 25 durch 3 teilen. Und das ergibt eine Dezimalzahl. 8,3 irgendwas 4. So, also wunderbar. So funktionieren arithmetische Operatoren. Das heißt, ich kann mir auch immer mal schnell so eine Reppel, so eine Konsole hier, so eine Eingabeaufforderung hier aufmachen und kann es eigentlich als Taschenrechner benutzen. Das ist schon mal sehr sinnvoll. Aber wichtig wird es jetzt dann auch werden, bestimmte Sachen vergleichen zu können. Ich will ja sowas sagen können wie, ist denn 3 eigentlich kleiner als 5? So, wenn ich sowas eingebe, was macht die Reppel dann? Was evaluiert sie? Sie sagt True. Wenn ich allerdings sage, 3 größer 5, dann sagt sie False. Und das, da sind wir schon bei den sogenannten logischen Operatoren und Bool'schen Werten. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber dieser Operator hier ist eben ein Vergleichsoperator. und hier kommt dann ein sogenannter Bool'scher Wert raus. George Boulos war mehr oder weniger der Mathematiker, der diese Wahrheitswerte eingeführt hat. Also, hier kommt Wahr raus, True. Und hier kommt False raus, Falsch. Und in der binären Logik ist es eben so, Binär ist ja die zweiwertig, zweistellig. Es ist also eine zweiwertige Logik. Das heißt, es gibt auch nur die zwei Wahrheitswerte, Wahr und Falsch. Darüber hinaus gibt es also nichts. Und so kann ich natürlich auch weitere Sachen vergleichen. Zum Beispiel ist eigentlich dieser Ausdruck 3 plus 3 mal 7 ist der eigentlich größer als 4 mal 5 geteilt durch 2. Und da kommt Wahr raus. Also, der Vergleichsoperator teilt das in eine linke Hälfte und in eine rechte Hälfte und kann dann einfach diese numerischen Werte miteinander vergleichen und gibt dann einen Wahrheitswert zurück. Ich kann solche Werte natürlich auch umdrehen. Ich habe jetzt mal die Pfeiltaste nach oben gemacht. Das ist das Schöne hier. Ich kann hier, wenn ich nach oben gehe, die letzten Eingaben durchgehen und nach unten. Also, hier kann ich so durchgehen mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten. Und jetzt kann ich hier an den Anfang springen und so etwas wie Not hinschreiben. Not. Und wir sehen, es ist False. Der Wahrheitswert hat sich umgedreht. Indem ich sage, Not, irgendwas, irgendein Ausdruck, ein Wahrheitswert, dann dreht es das um. Also, ich kann auch direkt mal Not True. Ihr seht hier, das ist grün. Das ist also ein boolscher Wert. Not True ist eben False. Und Not False ist eben True. So kann ich das Ganze umdrehen. Ich kann solche logischen Aussagen auch miteinander verknüpfen. Und zwar durch zwei Operatoren. Und zwar dem Operator And und dem Operator And And heißt einfach und und or heißt oder. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Wenn ich sage, 4 kleine 5 and 5 kleine 6. Was kommt jetzt dabei raus? 4 kleine 5, das ist ja wahr. Und 5 kleine 6 ist auch wahr. Wahr und wahr ergibt ja wahr. Oh, ich sollte das natürlich klammern. Das war mein Fehler. Sonst versteht Python das nicht. Python sagt, ich hätte ein Komma vergessen. Das glaube ich nicht so ganz, dass ich ein Komma vergessen hätte. Ich probiere das jetzt nochmal. Ah, es könnte sein. Ja, genau. Ich habe mich, die Operatoren And und Or müssen natürlich klein geschrieben werden. Das kommt davon, wenn man manchmal auch in anderen Sprachen programmiert. Aber Python ist also eine Sprache, die ist case sensitive. Also das ist true. Ja, so. Das Zeichen And das ist false. Das heißt, wenn ich And schreibe, dann ist es klar für Python, wenn ich es klein schreibe, das ist jetzt ein logischer Operator. Aber wenn ich es wieder oben groß schreibe, dann erkennt es Python nicht. Dann erwartet es, dass es hier eine Variable ist oder eine Funktion oder sowas. Also Groß- und Kleinschreibung, das zeigt auch mein eigener Fehler hier, macht echt einen Unterschied. Aber gehen wir nochmal, konzentrieren wir uns nochmal jetzt hier auf diesen Ausdruck. Also 4 kleine 5 ist wahr und 5 kleine 6 ist wahr, wahr und wahr ergibt eben wahr. Und wenn ich jetzt hier mal das Ganze umdrehe, also mal sage, das ist wahr und das ist falsch, dann ergibt das eben auch falsch. Und wenn ich das Ganze jetzt aber mal mit or dazwischen mache, oder, dann kommt wieder true raus. So, wie ist das Ganze denn aufgebaut? Ich habe euch hier mal eine Wahrheitstabelle mitgebracht, wo ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Also hier habe ich einmal die sogenannte Konjunktion, also das und und hier die sogenannte Disjunktion, das or, das oder. Das heißt, wenn zwei Ausdrücke, ja, a, b, wenn die beide wahr sind und ich verknüpfe die mit dem und, ja, dann ist das Ganze auch wieder wahr. Und in allen anderen Fällen, sobald ein Teilausdruck falsch ist, ist der ganze Ausdruck falsch. Ja, das haben wir hier an dem and gesehen hier. Sobald ein Ausdruck, hier war es der hintere, Ausdruck falsch wird, wird der ganze Ausdruck falsch. Ja, und bei or ist es eben anders. Hier wird es nur bei einer Kondition, also bei einem Aufbau falsch, bei allen anderen wird es wahr. Also bei or muss nur ein Teil Aspekt wahr sein, also entweder a oder b oder beide Teilausdrücke, wenn die wahr sind, dann ist auch der komplette Ausdruck wahr und nur wenn beide falsch sind, dann ist auch eine oder Verknüpfung falsch. Ja, das heißt, ich muss also, sag ich mal, 5 ist größer, natürlich kleiner als 4, das ist ein falscher Ausdruck, oder 10 ist kleiner als 4. Also hier habe ich zwei falsche Ausdrücke und wenn ich hier jetzt reingehe, dann ist das auch wirklich falsch. Also so funktionieren logische Operatoren und logische Vergleiche. Jetzt kann ich noch, ich hatte ja jetzt die Zeichen kleiner und größer, ja, es gibt aber auch noch, ich kann ja auch noch fragen, ist denn etwas kleiner oder gleich, oder ist etwas größer gleich, ja, das kann ich ja auch noch fragen und ich kann auch Sachen direkt miteinander vergleichen, ja, da, Achtung, hier ein Doppel-Ist-Zeichen. Warum kein normales Ist-Gleich-Zeichen? Das liegt daran, da kommen wir in der, in einer, ja, doch in der nächsten Folge drauf, dass das normale Ist-Gleich-Zeichen anders gedeutet wird unter Peißen. Da ist es ein Zuweisungsoperator, da kann ich einen Wert einer Variablen zuweisen. Das sehen wir nächste Folge. Aber zum Vergleichen von zwei Sachen, ob etwas wirklich gleich ist, also dieses mathematische Ist-Gleich-Zeichen, ja, dazu brauche ich diese 2 Ist-Gleich-Zeichen. So, jetzt schauen wir uns mal diese weiteren Sachen mal an. Können wir mal sagen, ist 10 kleiner gleich 10, ja, es ist kleiner oder gleich 10, ja, ähm, ist 9 kleiner gleich 10, jawohl, es ist auch kleiner gleich 10, ist denn 10, ähm, größer gleich 9, naja, machen wir auch mal erst mal wieder 10, ja, natürlich, 10 ist größer oder gleich 10 und ich kann sagen, ist denn ähm, 10 größer oder gleich 9 und ja, das ist auch wahr. und dann kann ich noch sowas sagen wie, ähm, ups, gleich 10, das ist wahr, 10 gleich 10, 0,000001, das ist falsch, ne, schauen wir mal, was ist denn eigentlich 10, ist 10 gleich 10, 0, also, ja, ist es, 10 ist gleich 10, 0, wunderbar, so, und mit diesem ist gleich, ähm, kann ich natürlich nicht nur numerische Werte miteinander vergleichen, mit größer, kleiner und so weiter, sondern ich kann das auch mit Strings machen, das heißt, ich kann jetzt, wie ich es da oben schon mal so angedeutet habe, ist denn and gleich and, ja, wunderbar, das stimmt, aber ist denn and gleich and, nein, das stimmt nicht, dazu muss man auch eines wissen, also ein a ist eben nicht gleich einem großen a, ein kleines a ist nicht gleich einem großen a, dazu muss man wissen, ähm, dass es für Zeichen, wie ein a und so weiter, eine interne Repräsentation gibt, also eigentlich ist auch ein a ein numerischer Wert, das kann ich mir mit einer Funktion ausgeben lassen, wir hatten ja das letzte Mal schon, ähm, die Funktion int, ja, ähm, zum Beispiel 3, da wandle ich die, das Zeichen 3 in einen numerischen Wert um, aber möchte ich wissen, wie eigentlich ein Zeichen repräsentiert ist, äh, als numerischer Wert im System, dann kann ich diese Funktion Ort, also mir die Ordinalzahl anzeigen lassen von a und die ist 97 und, ähm, die Ordinalzahl von groß a ist halt eben anders und wenn ich jetzt die zwei miteinander vergleiche mit diesem ist, ist, ist gleich, ist gleich, dann müssen da natürlich unterschiedliche Sachen, ähm, herauskommen, ja, einen Vergleichsoperator habe ich übrigens noch vergessen, wir hatten ja das ist gleich, aber es gibt auch das, ähm, ist ungleich, ja, das gibt es nämlich auch noch, ich könnte jetzt nämlich fragen, ich könnte mich natürlich fragen, ist denn a ungleich a und was müsste dabei rauskommen, ist a ungleich a ja, es müsste war rauskommen und es ist auch war, a ist eben nicht a kleiner ist eben nicht groß a und jetzt macht es auch Sinn, sowas hier zu schreiben, da kommt falsch raus, warum ist das kleine a nicht kleiner als das große a beziehungsweise ähm, warum ist das große a kleiner als das kleine a weil ich ja schon vorher gesagt habe, ähm, die, es werden diese Ordinalzahlen, diese inneren Repräsentationen verglichen und da ist eben das große a eine 65 und das kleine a 97 und natürlich ist die 65 kleiner als die 97 so funktioniert das Ganze und dann kann ich zum Beispiel auch damit kann ich Strings alphabetisch ordnen zum Beispiel würde ich ja wenn ich jetzt die zwei deutschen Wörter der und das habe ja dann wenn ich jetzt sowas schreibe der kleiner ähm das ups dann kommt falsch raus weil alphabetisch müsste ich ja ähm das vor der sein und wie macht peißen das also wie ordnet peißen das Ganze es vergleicht äh zeichen für zeichen es fängt also beim ersten zeichen an so d ist d äh äh es vergleicht d und d d und d sind gleich da da macht dieses kleiner gleich noch keinen Sinn weil ähm die Ordinalzahl des Zeichen d ist 100 da kommt 100 raus ja ok da habe ich noch kein Ergebnis dann vergleiche ich äh die nächsten ja und jetzt auf einmal sehe ich dass die Ordinalzahl von ähm dem String E 101 ist und die Ordinalzahl von dem A hatten wir oben 97 so und dann vergleiche ich das und dann kommt falsch raus und dann weiß ich schon ok ähm dass das definitiv nicht kleiner ist als das also kann ich habe ich eine Entscheidung getroffen das das R und das S da hinten das brauche ich mir gar nicht mehr anschauen ja und genau und wenn ich jetzt schreibe das kleine der dann kommt war dabei raus warum wir jetzt diese vergleichsoperatoren machen diese logischen operatoren das ist später ganz wichtig vor allem wenn wir uns kontrollstrukturen also so wenn dann anweisungen anschauen wenn wir uns schleifen anschauen werden aber auch wenn sortierungen anschauen werden zum beispiel von irgendwelchen listen oder sowas deswegen ist es ganz wichtig das sollte man sich also merken wie das funktioniert in pyson ich schreibe euch die operatoren die vergleichsoperatoren nochmal hin das waren also kleiner größer kleiner gleich größer gleich gleich also der vergleich miteinander und ist nicht gleich und die beiden logischen werte sind eben wahr und falsch und damit haben wir schon einen guten grundstock für unsere nächsten folgen das nächste mal schauen wir uns eben variablen an und danach geht es dann weiter mit kontrollstrukturen und schleifen und so weiter und so weiter und bald werdet ihr das grundwissen haben dass wir uns dann schon mal bald zu einem ersten problemaufgabe widmen können und dann schon mal so ein bisschen richtig programmieren können und bis dahin abonniert den kanal drückt auf das glöckchen damit ihr bescheid wisst wann die nächste folge kommt ich sage danke fürs zuschauen bis dann ciao ciao